Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich gehen heute durch den Niederwürzbacher Norden. Die Tour hat etwa 16 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann kommt mit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Aber das hat der Tour nichts ausgemacht. Denn auch die Mischung des Waldes, sprich Nadel und Laubbäume, war genau richtig. Wir bedanken uns wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch, sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr euch... Sarah und ich gehen heute im Nieder... Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.